Rafinha, bürgerlich Machio Rafael Ferreira de Souza, ist ein brasilianischer Fußballspieler, der seit 2015 auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Der Außenverteidiger steht seit der Saison 2011 zwölftel beim Bundesligisten FC Bayern München unter Vertrag. Vereine Rafinhas Fußballerkarriere begann 1992, als er siebenjährig von einem Klub für Hallenfußball in Londrina zu einem Probetraining eingeladen wurde. Mit zwölf Jahren gelangte er zum Parana Soccer Technical Center, einem in Londrina ansässigen 1994 gegründeten Fußballklub. Der 12- bis 1-7-Jährige auf den Profifußball vorbereitet und 2001, 16-jährig zum Londrina EC. 2002 realisierte er seinen Traum und wechselte, mit Unterstützung und Förderung seines Trainers, Antonio Lopez. Der sein Talent erkannte, zum Erstligisten Curitiba FC. Zur Saison 2005-06 wechselte er nach Deutschland zum Erstligisten FC Schalke 04, für den er am 27. August 2005 beim 1-1-Unentschieden im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach mit Einwechslung für Hamid Altentorp in der 81. Minute sein Bundesliga-Debüt gab. Sein erstes Bundesliga-Tor gelang ihm in der Folgesaison. Am 24. November 2006 beim 2-1-Sieg im Heimspiel gegen den VfL Bochum mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1-0 in der 19. Minute. Nach fünf Spielzeiten für den FC Schalke 04, zuletzt wurde er von Felix Maga trainiert, wechselte der rechte Verteidiger zur Saison 2010-Elftel zum italienischen Erstligisten CFC Genua. Für den R34 von 38 Ligaspielen bestritt erstmals am 28. August 2010 beim 1-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen Udinese Calciko. Sein erstes von zwei Toren entschied am 16. Februar 2011 im Auswärtsspiel gegen den Lokalrivalen Sampdoria Genua die Begegnung. Da der CFC Genua die Ablösesumme von rund 4 Millionen Euro bis dato nur zu einem kleinen Teil an Schalke gezahlt hatte, wurde seitens des Bundesligisten die FIFA eingeschaltet. Bis Januar 2015 zeigten eine Intervention der FIFA, ein Urteil der Internationalen Sportgerichtshof CAS und die Drohung, dem Verein Punkte abzuziehen, keine Wirkung. Am 19. Januar 2015 wurde bekannt, dass Genua die ausstehende Summe einschließlich Zinsen, zusammen fast 5 Millionen Euro, komplett bezahlt habe. Nach nur einer Spielzeit in Italien kehrte Rafinha nach Deutschland zurück. Der FC Bayern München verpflichtete ihn zur Saison 2011-Zwölftel und stattete ihn mit einem bis 30. Juni 2014 gültigen Vertrag aus. In seiner Premieren-Saison für die Münchner bestritt er 24 von 34 Ligaspielen. Erstmals am 7. August 2011 bei der 0-1-Niederlage zum Saisonauftakt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Sein erstes Bundesligator für die Münchner erzielte er am 20. Oktober 2012 beim 5-0-Erfolg im Auswärtsspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit dem Treffer zum Entstand in der 87. Minute, 5 Minuten nach seiner Einwechslung für Bastian Schweinsteiger. In seiner zweiten Saison für die Münchner trug er auch zum ersten Dreifachtriumph einer deutschen Vereinsmannschaft bei. Entgegen manchen Expertenmeinungen konnte sich Rafinha, begünstigt durch die Versetzung Philipp Lahms ins zentrale defensive Mittelfeld, unter dem neuen Trainer Pep Guardiola in der Hinrunde 2013 vierzehntel als Stammspieler durchsetzen. Am 19. Dezember 2013 verkündete der FC Bayern München die Verlängerung des auslaufenden Vertrages um weitere drei Jahre bis 2017. In seiner dritten Saison gewann Rafinha das Dambel. 2015 konnte erneut die deutsche Meisterschaft verteidigt werden. Am 7. November 2015 bestritt er sein 100. Bundesligaspiel für die Münchner. Er ist damit der vierte Brasilianer, der diese Marke für den FC Bayern erreichte. Am 7. Mai 2016 wurde er zum vierten Mal in Folge deutscher Meister. 2002 erst 17 Jahre alt stieß er zur RU20-Auswahlmannschaft Brasiliens und gehörte ihr bis 2005 an. Mit ihr nahm er vom 10. Juni bis 2. Juli 2005 an der Weltmeisterschaft in den Niederlanden teil, bestritt sieben Spiele und erzielte zwei Tore. Mit seinen beiden Toren, dem 1 zu 0 Siegtreffer gegen die Auswahl Syriens im Achtelfinale und dem 2 zu 1 Siegtreffer im Viertelfinale gegen die Auswahl Deutschlands, brachte er seine Mannschaft ins Halbfinale, das allerdings mit 1 zu 2 gegen die Auswahl Argentiniens verloren wurde. Das Turnier beendete er mit seiner Mannschaft als Drittplatzierter, nachdem die Auswahl Marokkos am 2. Juli 2005 mit 2 zu 1 in der Nachspielzeit bezwungen werden konnte. Im Februar 2008 wurde er erstmals zur RU-Nationalmannschaft eingeladen und gehörte dem Kader für das Testländerspiel am 6. Februar 2008 gegen die Gastgebende Auswahl Irlands an, blieb jedoch ohne Einsatz. Am 26. März 2008 debütierte er in London beim 1 zu 0 Sieg des Seleckhau über die Auswahl Schwedens, als er für Dani Alves in der 73. Minute eingewechselt wurde. Rafinha war ebenfalls Teilnehmer am Olympischen Fußballturnier 2008 in Peking, bestritt sechs Spiele einschließlich des Spiels um Bronze, das mit 3 zu 0 gegen die Auswahl Belgiens gewonnen wurde. Seine Nominierung durch Nationaltrainer Carlos Dunga am 8. Juli 2008 kam den Brasilianischen Verband teuer zu stehen. Da Rafinha ohne die Erlaubnis seines Vereins angereist war und gegen diesen eine Geldstrafe in sechsstelliger Höhe verhängt wurde. Nach Aussage Rafinhas kam der Verband für die Geldstrafe auf. Am 11. Februar 2014 von Luis Felipe Scolari wieder in die Seleckhau berufen, kam er am 5. März 2014, fast sechs Jahre seit seinem letzten Länderspiel. Beim 5 zu 0 Sieg gegen die Auswahl Südafrikas im FNB-Stadion zu Johannesburg zu seinem zweiten Länderspiel. Am 17. September 2015 wurde Rafinha für die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2018 gegen Chile am 8. Oktober 2015 und am 13. Oktober 2015. Gegen Venezuela erstmals wieder für die Seleckhau nominiert. Im September 2015 bat er jedoch den Brasilianischen Verband in Zukunft nicht mehr nominiert zu werden. Obwohl Rafinha im Dezember 2015 die deutsche Staatsangehörigkeit annahm und noch kein Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft Brasiliens absolvierte, ist ein Verbandswechsel zum DFB nicht möglich. Grund dafür ist, dass Rafinha im Jahr 2005 bei der U2-0-WM-Pflichtspiele für die brasilianische U20 absolvierte. Ein Verbandswechsel ist allerdings nur gestattet, wenn der Spieler zum Zeitpunkt des Einsatzes in einem Pflichtspiel für den alten Verband die zweite Staatsangehörigkeit bereits besessen hat. Erfolge UEFA Champions League Sieger Deutscher Meister DFB Pokalsieger DFL's U-Pack-Up 2012 Mit Kory Tibar Staatsmeister von Parana 2003 2004 Persönliches Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Londrina seit 2013 Privates Rafinha hat zwei Töchter. Im Dezember 2015 erhielt er die deutsche Staatsangehörigkeit per Einbürgerung. Da ein Verlust der brasilianischen Staatsbürgerschaft nicht möglich ist, musste Rafinha diese im Zuge der Einbürgerung gemäß 12er BS 1 Nummer 1 stark nicht aufgeben.